...dringen, wenn sie eine solche Atmosphäre in die Halle bringen wollen. Und jetzt, anwurde Nervitz, die 22-Jährige. Publikumsliebling hier in der Halle. Und schon gehen kleine Fehler los. Gestern hat sie diese Übung auch mit kleinen Fehlern gemacht, beziehungsweise mit großen, weil sie das Seil aus der Fläche fallen lassen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, sie trägt auch so etwas, solche kleine Fehler mit der Gelassenheit einer eben 22-Jährigen, schon sehr erfahrenen Gymnastin, die übrigens noch nie eine Medaille in ihrer Karriere gewonnen hat.